Ja, wir grüßen euch hier aus Waldkreiburg im Zuhause von Julia Filiner, der Siegerin vom Aschauer Vorbildwesterlauf 2013 und 2012. Hallo Julia. Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Du hast eine tolle Triakonsaison hinter dir mit einem Ironman, starken Ironman in Klagenfurt und du hast wieder mal eine sehr starke Zehntelmeterzeit gelaufen und zudem als deutsche Berglaufmeisterin überrascht in der Presse, was ich gesehen habe. Wie war es für dich? Was war für dich wertvoll in dem Jahr? Es war eine sehr schöne Saison, hat gut begonnen mit dem Zehn-Knermeter-Laufen in Klagenfurt. Der Ironman in Klagenfurt, das war schon sehr viel wert, muss ich ehrlich sagen, weil die Zeiten auch stimmen, also ich bin echt zufrieden mit dem Resultat. Und ich habe gesagt, dass die erste deutsche Berglaufmeisterschaft ist auch schon so ein Höhepunkt. Ich bin gerne in den Bergen, es macht mir riesig Spaß und dann der erste deutsche Meistertitel, tolle Sache. Wie geht es nächstes Jahr weiter für dich? Ich werde eine Mitteldistanz machen in Klagenfurt. Ich habe mich für die Europameisterschaft Berglauf qualifiziert, auf Madeira starten und eine Woche später das Rot-Challenge. Okay. Wie passt für dich da der Vorsilesterlauf mit rein? Das ist jetzt mehr oder weniger Off-Season. Dennoch arbeite ich relativ viel an der Schnelligkeit momentan, um die Grundständigkeit aufzubauen. Das sind die fünf Kilometer optimal eigentlich. Und das ist ein Nebenrennen, klar. Aber du hast immer keine Herausforderung, um schnell zu sein. Man möchte natürlich jetzt halt das Speed machen. Du hältst da den Streckenrekord mit knappen über 17 Minuten. Hast du eventuell in deiner Form, siehst du da Ziele? Ziele habe ich immer an Siegel. Ganz klar. Momentan läuft es ganz gute Schnelligkeitstraining. Ich bin zufrieden. Tut auch nichts weh. Mal schauen, ob man die 17 knappen kann. Weiß ich nicht. Ich muss mal schauen. Okay. Dies Jahr haben wir eine sehr starke Konkurrenz plötzlich auf dem Schirm für dich. Das freut uns als Veranstalter. Junge Mittelstrecklerin. Auch die Julia Kick ist, glaube ich, verbessert. Die Thea Heim ist, wie gesagt, schon gemeldet. Wir schauen mal, wer noch dazu kommt. Trotzdem sehe ich dich da natürlich ganz stark vorne. Wie ist deine Strategie? Wie du so gesagt hast, die Mittelstrecklerin habe ich am Schluss auf alle Fälle keine Chance mehr. Ich muss von Anfang an reden, was geht. Also ich muss schon, dass ich das Tempo hochhalte. Ich kann mich nicht zurückhalten und sagen, naja, schauen wir mal, was die anderen machen. Ich muss das Tempo hochhalten und versuchen, möglichst viele Körner von den anderen vorher schon herauszukitzeln, dass ich am Schluss dann einen langen Endspurt hinlege, beziehungsweise einen 5 Kilometer Endspurt. Das ist dann für mich ein langer Sprint. Prima. Ich kann dir versichern, du hast viele Fans schon in Aschau. Die werden auch wieder da sein. Ich freue mich auch schon. Du wirst bestimmt viel Unterstützung bekommen auf dem Weg. Wir freuen uns auf ein heißes Rennen. Ich hoffe, du auch. Auf alle Fälle, ja. Genau. Was erwartest du besonders in Aschau? Warum bist du jetzt zum dritten Mal da? Es ist eine super Stimmung an der Strecke. Ich kenne sehr viele Leute. Es sind auch viele von meinem Verein dabei. Ich muss sagen, ich finde es durch die Fackeln durchlaufen irgendwie ganz toll. Das hat was. Auf der einen Seite die Fackeln und ein bisschen Ruhe in die Bestimmung. Und auf der anderen Seite, wenn man auf die Startdorf läuft, dann voll Action. Das ist total kurzweilig. Eine schnelle Strecke macht mir echt Spaß. Alles klar. Das freut uns zu hören. Super. Dann freuen wir uns auf den 29.12. mit dir. Und wir warten nicht in Topform. Ja, genau. Danke schön. Danke fürs Gespräch. Danke. Danke schön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020